So, ich würde mal sagen, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Conflict of Nations und wir sind, glaube ich, angriffsbereit an Tag 46. Wir teilen hier mal schnell eine Division auf. Die riecht auch mit Lafetten. Nein, nein, nein. Da kommen die so ein Elfstück. Nee, nee, nee. So ist gut. Die da hin. Und die sollen dann einfach nur weitermarschieren. Nur einfach als Unterstützung. Technisch einiges abwehren. Zumindest ist das die Hoffnung. Der Stack kann so weitermarschieren. Kann da ein bisschen vorne hin. Und die hier. Ein schöner Fünfer-Stack. Das ist gar nicht, was ich mit den ganzen Truppen an soll, ne? Was soll ich denn mit den ganzen Truppen machen? Stopp. Die da hin. Auch natürlich aggressiv, ne? Die da hin, ne? Die dann erstmal richtig schön entspannt hier einen langen Jucke hin, wa? Ich bin ja mehr als entspannt. Gott. Soll ich denn mit den ganzen Truppen alle machen? Liebhaben, oder was? Gut, jetzt erstmal manuell den Krieger klären. So, und das ist eine... Arti-Division. Hier auf jeden Fall auch ordentlich was... machen darf. Fangen wir's mal so. So, das ist ja ein Marine Corps. Diese hinzu, dass wir ganz schnell hier hinkommen. Da hinkommen. Da hinkommen. Da hinkommen. Und dann da hinkommen. Das ist doch schon mal ein guter Plan. Dann ist Chile so gut wie erledigt. So gut wie. Dann guck ich mal heute Abend rein, was da was geworden ist, ne? Oh, ich kann da so landen, ne? Und sagen, juhu, hallo. Wir sind hier. Special Troops. Genauso wie hier. So viele Truppen brauche ich gar nicht. Okay, ja, ich muss ein paar Truppen, die hier bleiben, ne? So. Die lasse ich aber zeitverzögert um zwei Stunden. Oder auch drei Stunden. Und dann... Könne ich hier nachrücken. So, die Invasion läuft ja wie geplant. Und, joa, das sind ja nur ein paar einzelne Truppen, die ich dann mit meinen Heelis jetzt nach und nach wegschießen kann. So, hier. Zack. Dann werden die einfach weggeschossen. So, und dann sind hier nachher noch welche, die dann nachher weggeschossen werden, außer die sind hier nachher schön in Reichweite. Dann passt das. Das war das hier eine coolste Geschichte, ne? So, da vorne habe ich noch Truppen. Und dann machen wir vier und zwei. Die dann einfach mal so ein bisschen... ...mitlaufen. Und dann auch hier diese Truppen vernichten sollen. Und dann... ...wenn dieser Trupp, wie der so ist... ...auch hier hinkommen. Das hat ja auch jetzt wunderbar funktioniert mit Kanada hier, ne? Ist ja irgendwas besiegt, nö. Aber die sind wohl gerade so an sich vorbeigelaufen. Ist auch okay. Marokko habe ich Krieg mit? Schön zu wissen, dass ich damit den Krieg habe. Naja. Wir haben ja nachher Südamerika auf jeden Fall 100% besiegt. Tag 47. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben Südamerika... ...basis zu 99,9% erobert. Endlich. Endlich haben wir es geschafft. Okay, das habe ich jetzt nicht geschafft. Aber wir können den hier angreifen. Zack. Angriff. Acht Nationalgarden dahin. Warum denn nicht? Dann passt das. Gut, die müssen auch irgendwo hin zum Ausruhen. Zum Ausruhen. Müssen ja auch noch irgendwo mal wieder landen, ne? Hier ruhen sie sich mal hier aus. Dann können sie nämlich hier landen später und dann hier in Japan einfallen. Und in Gewässern, also in Küstengebieten, heilen sich ja Truppen. Ungefähr so wie in Städten. Wenn aber nur, wenn sie im Küstengebiet sind. Deswegen heilen sich ja auch Schiffe nach und nach. So, wenn die durch sind, dürfen die auch hier mitkommen. Die müssen nämlich als Vorhut fungieren. Dann haben wir nämlich schon ein paar Truppen, die unterwegs sind. Und wo wollten die hin? Achso, die wollten da rüber, ne? Genau, hier die Marines eben sagen. Zack, da hin. Ein Trupp, der da ist und dann da. Fertig. Und hier kann ich sagen, komm, bitte baut mir mal einen Flughafen hier hin. Damit wir hier ein bisschen Standfestigkeit haben. Und hier können wir weiter forschen. Wässern der Spezialtruppen, das ist super. Dann sind sie auch amphibisch. Letzte Artie Upgrade. Passt. So, dann haben wir hier so ein paar Truppen. Die auch weiterhin so gebaut werden sollen. Ich muss auch immer schön gucken, dass hier weiter gebaut wird. Marines und Lafetten. Warum denn nicht? Wieder einen ordentlichen Arsch voll von... Ah, hier. Ist cool, die können wir dann schon da hinschicken. Können wir alle mal da hinschicken. Können wir dann einen schönen Stack draus bauen. So, da kann ich auch Marines bauen. Einmal. Und weiter Lafetten. Einfach mal so volle Kanne voraus. So, wie sieht es denn mit unseren Verbündeten aus? Muss ich wirklich noch gegen... Frankreich und Co. noch spielen oder was? Da habe ich echt kein Interesse dran. Vor allen Dingen, weil die... Frankreich, meine ich, Schiffe hat. Geht mir tierisch auf den Geist. Da muss ich ja noch mehr von den Helis bauen. Ähm... Okay, jetzt gehe ich mal Helis bauen. Kann ich die hier bauen? Nee. Muss ich erstmal den Flughafen verbessern. Dann kann ich die hier bauen. Hier könnte ich ein paar Helis bauen. Ich brauche davon nämlich jetzt jede Menge. Besetzt. Besetzt. Will ich nicht irgendwo eine annektierte Stadt? Da. Da hatte ich noch eine annektierte Stadt. Da sollte ich doch auch mal... Irgendwann in der Lage sein, Helis zu bauen. Warum denn nicht? Wir können einmal hier einen Spezialtrupp bauen. Und hier, hier, die es beanschlagen. Besetzt. 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 Ist hier noch irgendwo eine annektierte Stadt, die ich vergessen habe? Ich habe doch bestimmt irgendwo noch eine annektierte Stadt, die ich bestimmt vergessen habe. Garantiert. Gucken wir mal hier ein Verzeichnis, wenn da nämlich nichts... Gebraut ist. Alle Städte, die ich annektiert habe, sind in Produktion. Gut. Wenn es danach geht, könnte ich Nachschub, glaube ich, gebrauchen. Dann... Kriege ich eine Stadt, einen Nachschub. Annektieren. Direkt annektieren. Dann hier zwei... Ne... Flughafen wollte ich haben. Zwei. Plus einmal die Industrie. Dann können ja nämlich auch Helis gebaut werden. Perfekt. Gut. Noch eine Stadt, die ich so vorbereiten möchte? Okay. Ich könnte die hier nehmen, weil hier ist schon ein bisschen was vorbereitet. Zack. Und dann könnte auch Helis gebaut werden. Perfekt. Genauso wie hier. Reparieren. Annektieren. Dasselbe Spiel nochmal. Und dann werden hier auch Helis gebaut. Das wird jetzt alles relativ schnell gehen, denke ich. Aber die Städte sind wenigstens schon vorbelastet. Hier, hier, hier. Guck mal, hier, starten. Zack, zack. Annektieren. Und... Was war das noch, was wir brauchen? Blablabla. Rekrutierungsbüro. Warum nicht? Dann haben wir hier zum Beispiel einen Spot, wo wir einige Helikopter aufbauen können nachher. Damit wir wirklich in Europa einfallen müssen. Auch mit den Helikoptern, die ganzen Schiffe. Vernichten können. Oh Mann. So, da sind noch gepanzerte Truppen. Ich habe direkt die Helisus geschickt, um diese zu vernichten. Und die Nationalgarde kann dann hier alles bequem einnehmen. Dann sieht das hier schon fast perfekt aus. Von Peru sind hier noch ein paar Sachen. Aber sobald ich Forschung frei habe, werde ich nämlich gucken, dass ich Helikopter noch weiter forsche. Die ist auf jeden Fall sehr interessant dann. Gut. Ich glaube, ein amphibisches Fahrzeug kann ich wohl da hinten hinpacken zu diesem Stack. Das wird wohl, glaube ich, wohl funktionieren. Ja. Dann schaue ich morgen nochmal rein. Tag 48 und diese Collie hat ja eine On-Off-Beziehung, keine Ahnung, wie sonst irgendjemand. Also, das ist ja mal lustig. Also, so aktiv sind die Leute hier auch nicht mehr, weil sie, glaube ich, genau wissen, dass das hier ein sicherer Sieg ist. Ja, was soll ich sagen? Südamerika ist geschafft. Kann ich jetzt meine Einheiten langsam, aber sicher irgendwo in Ruhe ankommen lassen? Spezialtruppen habe ich, soweit ich gelernt habe. Oder, soweit ich weiß, können die auch angreifen, ohne dass sie gesehen werden. Deswegen macht es Sinn. Ich glaube, jetzt ein paar zusammenzupacken, ne? Dieser Trupp sowieso, der muss ja auch hier rüber. Die wassern nämlich von hier aus dann. Gut. Spezialtruppen sind dann also gar nicht so verkehrt. Die lassen wir hier, die sowieso. Und sonst noch Truppen, die wir schon verlegen können. Die zum Beispiel, die auch. So, wenn man die alle so schon verlegen kann, ne? Die gehen dann so auf Japan drauf, also... Der Wahnsinn. Die gehen ja mit hier hinten drauf. Das heißt, die gehen dann da hin. Sonst noch einen kleinen Trupp, der dann noch eben die Insel da einnehmen kann. Zumindest die Schiffe können schon mal da rüberfahren. Falls da was ist. Die drei Marines sind doch gerade dazu perfekt, oder nicht? Dann können die auch hier als Unterstützungstruppen einfach mal hier hinkommen. Einfach um den Boden zu fassen, ne? So. Das ist, glaube ich, eine Invasion für auf Japan gut geplant. Und Amerika mache ich nachher nur so nebenbei. Würde ich mal sagen, liebe Freunde, heute gucke ich nur einmal rein, da ich heute Abend gut zu tun habe und wahrscheinlich keine Zeit mehr habe, reinzugucken. Aber da das ja ein sicheres Spiel ist, sehe ich da auch keine Bedenken bei, dass das jetzt kein... Dass es irgendwelche Probleme hat. Deswegen würde ich sagen, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zur nächsten Folge. Ciao, euer Schrank. Und ich gucke mal, dass wir die Runde bald beendet kriegen. Und wer mal mit mir spielen möchte, kommt mal gerne auf den Discord. Wegen da suche ich ab und an mal auch ein paar Runden. Und natürlich, den Link zum Discord ist natürlich in der Videobeschreibung, so wie es sonst wie es sich auch gehört. Dann würde ich mal sagen, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020